hallo mein name ist franz klein und ich bin der größte youtuber der welt franz klein aus klein margaretten ist ein sogenannter youtuber im internet begeistert er seine fans seit mehreren videos die woche in den drei jahren in denen er jetzt schon als youtuber arbeitet hat er mittlerweile 150.000 abonnenten sammeln können soweit so gut aber franz ist besonders denn er ist der größte youtuber der welt mit einer körpergröße von 2 meter 30 als ich ca 11 jahre war sagte mir mein lehrer dass ich besonders sei und ich wusste nicht was ich damit meinte und dann habe ich gemerkt dass sie auf meine größe angespielt hat und dann dachte ich mir dass es wirklich nicht ganz normal ist mit elf jahren bereits zwei meter groß zu sein naja mit 13 jahren war ich dann ausgewachsen und war zwei meter 30 groß mit zwei meter 30 größe gehört franz zu den zehn größten menschen der welt viele glauben er habe auf youtube nur wegen seiner größe so einen großen erfolg diese gerüchte setzen franz sehr zu denn er macht keine videos über seine größe sondern über ganz andere themen wie zb gaming beauty oder auch pranks ich kenne franz ist schon fast seit 30 jahren muss sagen immer zu seiner größe geliebt ist endlich mal ein erfolg nicht sagen alle wie das ist nur der größenvorteil man kann es halt nie jeden recht machen aber in die karte aufmerksamkeit auf mich ist mein instagram name ist übrigens fri auch fernsehsender sind bereits auf franz aufmerksam geworden für die pc tv news sollte er zum beispiel einmal beiträge moderieren doch beim aufnehmen konnten sie ihm nicht komplett ins bild bekommen und haben deshalb die kooperation abgebrochen das hat mich natürlich ordentlich runtergezogen ich wollte immer schon mal was im fernsehen machen kann man halt nicht machen auf youtube gefällt es mir auch so genannte so genannte hater sind leute die negative kommentare schreiben und meistens dabei sehr beleidigend hasserfüllt sind hierzu haben wir einen dieser hater interviewt er wollte nicht erkannt werden und wurde deshalb unkenntlich gemacht und so verlassen wir franz wir bekamen einblicke in das leben von einem der größten menschen der welt wir konnten sehen wie das internet mit seiner besonderheit zurecht kommt und wie hart es in manchen situationen sein kann liebe zuschauer wir sind nun am ende der heutigen ausgabe vielen dank für ihr interesse und wir sehen uns beim nächsten mal wieder